Keine Ahnung, was einem hier das Paperplane bringen soll. Start? Äh, Ziel. Start. Nein, du machst nicht direkt an. Klar, du kannst von hinten ran. Das macht dir einen einfachen direkten Weg schwieriger. Die Blume da ist ja mies. Von hinten geht's von einem gar nicht so einfach, oder? Was macht das? Was ist das? Ah, ein Fahrstuhl, lol. Cool. Hallo. Tschüss, Oli. Oh, fuck. Oh, lol, man kann da hoch. Tja, ratet mal, wer der Erste ist, der da ist. Ratet mal, wer zu doof dafür ist. Ihr kleinen süchen Fratze. Gut, also fest steht, lol. Hab ich trotzdem gewonnen? Nee. Doch, doch, verdammt. Okay, es reicht die Flagge zu berühren. Wie mies ist das auf einer Skala von 1 bis 10? Das ist total bescheuert und macht auch keinen Sinn. Ich hoffe, dass das Ding da durchkommt. Oh, komm. Ja, das war wieder blöd. Nee. Doch, weil das hat jetzt meine Armbrust negiert. Das war, das war dumm. Ach, das ist eine Armbrust, das habe ich nicht gesehen. Jetzt ist man noch ein Millimeter nach links gestellt, wäre es wieder witzig gewesen. Über versteckt, der Armbrust. Ich habe deine Armbrust tatsächlich nicht gesehen, ne? Sonst hätte ich es tatsächlich daneben gestellt. Das ist ja was. Oh, lol. Oh, lol. What? Scheiße, ich kann man dem Ding nicht vorbei. Oh, nee. Was ist das denn? Man kommt da nicht gegen an. Cool. Ja, okay, also da oben funktioniert es auch nicht. Okay, aber man, man kann, man kann auf dem Paperplane, wenn man Glück, warum erklär ich das? Oh, fuck. Nein! Ich spät aus. Was zur Hölle? Was war da getan? Okay, der Paperplane geht davon auch noch kaputt. Ich dachte, er zu, zu, was? Halte weh, um aufzugehen? Oh, Gott. Flo scheitert schon im Fahrstuhl. Nee, ich bin bloß einfach gerade nervous. Das ist es, fuck. Scheiße. Aber er sagt es doch, halte weh, um aufzugehen, Flo. Never. Not, not yet, meine ich. Ich komm schon nicht in den Fahrstuhl. Flo, ich lese gerade im YouTube-Chat einen Kommentar, der, der, der mich sehr lustig stimmt. Ja. Ich sag mal so, Herr Jens Michael Fritsch, ich gebe dir recht. Ich glaub, das geht nicht. Das war eine dumme Installation von mir. Es tut mir leid. Das war jetzt, das war jetzt Absicht. Flo? Das war die totale Resignierung. Resignation meine ich natürlich. Äh, cool. Wir können es nicht mal weg machen. Nein, wir können noch mehr Spaß draus machen. Nein, wieso denn dahin? Okay, so geht's. Was ist das? Ich mach das herausfordernd. Du kannst da langfalljumpen, aber da musst du gutes Timing haben. Nein! Boah! Alter. Oh, was? Oh, wo kommt denn das Ding her? Das Ding her? Alter. Nein! Ist das schwer, Alter? Was? Oh, du denkst, du bist richtig schlau. Ja, du bist sogar richtig schlau. Nein! Nein! Oh, schade. Das war richtig gut. Ja, die Idee war so klasse. Fuck, 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 fuck. Die Idee war richtig gut, ja. Aber die werde ich dir jetzt verbauen, die Idee. Statt du sie einfach auch mal die Challenge akzeptierst und annimmst, Alter. Aber du bist so ein ganz... Mach halt. Kein Problem. Kein Problem. Tilt nicht so viel, Alter. Falsches Spiel. Nein! Oh, was? Du nimmst noch? Oh, komm. Oh, was? Nein! Was? Nein! Was? Nein! Nein! Das gibt es doch gar nicht! Unfassbar, ey! Alter! Alter! Dabei ist das gar nicht so schwer, weil oben nicht dieses Verkehr... Ach, das muss jetzt weg! Ja, komm! Oh, lol! Ja, okay! Oh, lol! Ja, okay! Und wenn du hier willst! Sicher bin ich daran vorbei! Sicher bin ich daran vorbei! Ach, ist das so! Ah, lol! Ja! Das ist ein schöner Zeitfahrzeuger auf jeden Fall! Ja, aber... Nö! Machbar, aber... Ich muss gleich sehen, was ich meine! Nicht so leicht! Warum werde ich das sehen? Ach, du gehst da lang! Ach, das geht! Ich wusste nicht, dass du aus dem Dach rauskommst! Hab mich aufgefasst! Oh, Mann! Das war eigentlich nur... Was soll das denn? Oli... Oli zerdenkt es schon wieder! Nein, ich zerdenk's nicht! Äh, das war... Das war dumm! Nein! Paul hat verstanden, was ich damit machen wollte! Ja, aber... Ist schon klar, was du damit machen wolltest! Ich guck euch bloß jetzt erst mal zu! Nein! Ach, das geht... Ach, da stirbst du dran! Ah, fuck! Das ist sehr einsigbar! Richtig, Rainer! Oh! Fuck! Scheiße! Und vielen Dank! Danke dir! Oh, Mann! Ist das so richtig Todeslevel? Das ist ja nicht dein Ernst! Ach, wie ärgerlich, ey! Oli ist doch gar nicht daran interessiert, irgendwas Vernünftiges zu bauen! Nein, der hat auch am meisten Punkte! Verunmöglichen! Naja, das ist doch der Sinn der ganzen Sache! Nee, ist es nicht! Doch! Nein! Ich möchte nichts bauen! Ach, komm, hier! Und es dann trotzdem zu schaffen! Ohit das ist der Sinn! Oh, der ist jetzt. Oh, der ist jetzt weg! Puh! Ah! Dö tödödödötötötötötötötötötötötööh! Nein! Oh nein! Oh! Ich dachte ich bin schnell! Dass ist doch noch die Münze! Ah, fuck! Den hab ich ja gar nicht mehr im Kopf gehabt! Oh, nein! Au, lebt ja noch! Was da muss ich? 33 Monate, werd dünge, Alter! Krass! Au, weiß noch nicht, wie er da hinkommt! Komm schon! Nein! Bitte! Das Timing! Herrlich, Alter! Du weißt, dass hier schon viel Konstruktion ist, ey! Ich will was kaputt machen! Danke! So, ich mach jetzt meine Erzfeind kaputt! Nein! Oh, ich lebe noch! Das ist nicht funktionierend! Nein! Ich war soweit! Ich denke gern! Ich war soweit! Ich find die Konstruktion super! Ich war noch nie soweit! Wer hat denn hier Eis hingepackt? Das war ich! Jetzt hat er sich bei mir schön abgeguckt, wie's geht! Nein, Leute! Das gibt's doch nicht! Ich hab den Feinde nicht beachtet! Das war auch meine! Herrlich, 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 herrlich! 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 Hab ich schon mal herrlich gesagt? Herrlich! Noch nicht! Ja! Okay, Oli! Ist noch machbar, ist nicht? Oh, die Armbrust, Alter! Was? Komm, da machen wir auch, ey! Warte mal, jetzt hab ich wieder meine Schneeballmaschine, hab ich wieder sabotiert, wa? Nee, doch nicht! Oh, die ist jetzt einfach nur unberechenbar geworden! Olaf, was ist das denn?! Alter, ultra gefährlich! Wie hat mich denn der Pfeil da drin, äh... Nein! Ei, ei, ei! Hm, ich hab ein Problem! Warte mal! Schön! Ich bin die zwei Hydranten wunderbar platziert! Ja, total! Machen Übelsinn! Sonst hättest du jetzt gewonnen! Ja! Noch drei Runden, okay! Okay! Wie macht eigentlich der Fuchs Fracca-Cacca-Cacca-Cacca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca? Ja! Okay! Okay! Okay, das war dumm! Das war doch schon wieder Bullshit! Wie konnte Oli nicht getroffen werden? Das hat ihn doch ganz eindeutig berührt! Der, äh... Der, äh... Das schwarze Loch! Das schwarze Loch! Ja, aber das schwarze Loch hat ihn vorher weggemacht! Der hat nicht getroffen! So ein Bullshit, Alter! Du cheatest! Das kann... Das kann gerne... Das kann gerne... Du cheatest! Das kann geklippt werden! Du cheatest! Das ist alles! Ein hundsgemeiner Cheater! Nein! Warum? Nicht die Bombe! Ach, das mies! Wieso ist das mies? Jetzt ist das Leben ja einfach! Das sind so berühmte letzte Wo... Oh! Alles klar! Ich wollte gerade noch sagen, berühmte letzte Worte! Nein! Im Honigsteck gewinnt! Hast du viel dazu! Oh, Mann! Jetzt auch noch das schwarze Loch in das! Schönen Dank! Ah, Gott! Immer noch nicht! Ja, ich hab Punkte für meine Falle! Jaaa... Kann nur ne gute Idee sein! Oh Gott! Tschüss! Das ist der Honig hier so mies! Nein! Was? Pass auf Flo! Das haut einen weg! Das haut einen weg! Muss... Das... Schaffen! Muss... Das... Schaffen! Vorsicht! Vorsicht! Zu viele Armbrüste! Muss da... War die letzte Runde! Was ist das? Verdammt! Oh, Mann! Nice! Das ist das... Was ist der Tag! Hände in die Ram... Es tut... Was ist das eine Zeit? Vielen Dank.